Dabei kam natürlich auch die Frage nach den Geburtsschmerzen auf, die die 26-Jährige offen und ehrlich und ohne etwas zu beschönigen beantwortete. Es seien eigentlich Schmerzen, die man nicht beschreiben könne. Trotzdem versuchte die Influencerin, einen passenden Vergleich zu ziehen. Ihre Aussage zufolge wäre der schlimmste Durchfall und Periodenschmerz, den ihr hattet, zusammen mal 50 in etwa damit vergleichbar. Im gleichen Atemzug versuchte die blonde Beauty, ihre Community aber auch zu beruhigen. Es ist alles machbar, Leute. Es ist nicht so krass schlimm, weil man ja auch weiß, wofür man es macht. Abgesehen von den Komplikationen fand die Promi-Dame ihre Geburt sehr schön, wie sie gleich mehrfach betonte. Auf einen Vorbereitungskurs verzichtete die ehemalige Darstellerin von Berlin, Tag. Nacht im Übrigen gänzlich. Ich bin ohne Vorbereitung aber auch ohne Angst in diese Geburt reingegangen, und es hat trotzdem alles sehr gut geklappt, wenn man die Komplikationen weglässt. Auch im Nachhinein hätte die Wahl-Berlinerin sich trotz der Schmerzen nicht für einen Kaiserschnitt entschieden. Ich würde auf jeden Fall immer eine natürliche Geburt bevorzugen, stellte sie fest, es sei denn, es bestünde eine medizinische Notwendigkeit. Nathalie ist um dieses Prozedere aber gerade so herumgekommen, die haben schon alles ready gemacht, habe ihr ihre Hebamme nach der Geburt erzählt, aber es war ganz, 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 ganz knapp, berichtete sie ihren 1,1 Millionen Followern. Dann ging zu ihrem Glück aber doch noch alles seinen gewohnten Gang. Als ich dann pressen durfte, also als mein Muttermund 10 Zentimeter offen war, dann war es einfach nur noch schön, schilderte die Blondine den Vorgang weiter. Geschrien habe sie bei der Geburt nur, damit sie noch mehr Kraft schöpfen konnte. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020